Was geht ab, Freunde? Herzlich Willkommen aus Las Vegas. Ich werde noch zum Classic Physique Fan. Liebe Leute, was heute abgegangen ist, war wirklich nicht vorherzusehen, zumindest nicht für mich. Kleines Recap zu gestern. In der Open ist alles ungefähr so abgelaufen, wie wir das auch prediktet haben. Einziger Ausreißer gestern war Martin Fitzwater, der wirklich in absolut bestechender Form aufgetreten ist und so ein bisschen die Top 5, Top 6 aufgemischt hat. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn wir haben jetzt vor fünf Minuten gerade das Classic Prejudging auf der Expo beendet. Das war eine relativ lange Geschichte. Ich glaube, es ging über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Bei 64 Teilnehmern hat das Ganze natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Und was soll ich sagen? Alles ist anders gekommen als erwartet. Die Top 6 bzw. die Top 10 sind wirklich ultra interessant. Eine Sache, die so gekommen ist, wie alle erwartet haben, ist Chris Bamstead. Der wird safe auf der 1 landen, hat es komplett genailt, sieht aus wie immer oder sieht noch besser aus. Ich weiß es nicht. Aber Chris wird auf jeden Fall dieses Jahr unantastbar bleiben. Aber alles, was dahinter passiert ist, damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet. Im Vorhinein haben alle Leute Wesley als den Kandidaten, sogar als den Kandidaten auf die Thronfolge angesehen. Und Wesley, muss ich sagen, ist heute in wirklich nicht sehr bestechender Form aufgetreten. Beziehungsweise in typischer Kienzel-Härte, aber leider mit der nötigen Fülle. Wir haben Wesley wahrscheinlich irgendwo auf Platz 6, 7, 8. Und wir haben auch einen Ramon, der die letzten Jahre wirklich immer um Platz 2, 3 gekämpft hat. Wahrscheinlich nicht in den Top 5. Begonnen hat das Ganze mit einem, ich glaube, einem Siebener-Vergleich, der aufgerufen wurde. Wir hatten im ersten Callout Chris Bamstead, Urs, Mike Sommerfeld. Da werden wir gleich nochmal gesondert drauf zu kommen. Ich versuche Mike heute nochmal vor die Kamera zu bekommen. Ein Josemar, ein Brion Ansley hatten wir mit im ersten Callout. Wir hatten Michael Daboul mit im ersten Callout. Und Wesley und Ramon natürlich. Allerdings sind Ramon und Wesley absolut nicht in ihrer bestechendsten Form aufgetreten. Und das hat nach ein bisschen Hin und Her-Switchen ganz schnell zu einer neuen Top 3 gesorgt. Und zwar Mike Sommerfeld, Urs und Chris Bamstead. Mike Sommerfeld ist hier wirklich ganz besonders hervorzuheben. Denn Mike hat es so dermaßen genailed. Also innerhalb von einer Sekunde bei der Einzelpräsentation hat man gesehen, Mike is fucking on. Er hat das erste Mal geschafft, wirklich eine brutale Härte an den Start zu legen. Und dabei sieht man auch, dass er mehr Fleisch auf die Bühne gebracht hat. Ich denke, er wird ein bisschen schwerer sein, als er das in der Vergangenheit gewesen ist. Und das sieht man vor allen Dingen an der Muskelqualität, die sonst immer ein bisschen flöten gegangen ist. Er hat mit die besten Beine gerade in der Frontansicht, im Lineup und auch in den Sideshots, muss ich sagen, hat Mike mich brutal überzeugt. Denn neben Chris Bamstead ist er der einzige, der wirklich so diese richtig schönen, tiefen Cuts im Bein mitgebracht hat. Und so wie es jetzt nach dem Prejudging steht, denke ich, hat Mike sehr, sehr gute Chancen, tatsächlich auf Platz 2 zu landen. Was ist mit Urs? Urs ist tatsächlich, wie zu erwarten, deutlich besser gekommen als sein schlechtes Showing auf den Arnolds. Urs ist auf jeden Fall verbessert. Er hat deutlich bessere Arme und hat auch einen verbesserten Rücken, aber die Konkurrenz hat nicht geschlafen. Dementsprechend denke ich, dass Urs hier wahrscheinlich eher auf dem dritten Platz heute landen wird, ausgegangen vom Prejudging. Im Finale kann sich natürlich noch mal einiges tun und Urs ist immer relativ konsequent zwischen Prejudging und Finale gewesen. Das wird bei Mike natürlich ein bisschen spannendere Sache, ob er das schafft, das sehr gute Paket bis zum Finale zu konservieren. Nächste Überraschung ist der Kampf um Platz 4. Normalerweise hätten wir jetzt gedacht, dass sich dort irgendwie Ramon oder dann zumindest Wesley einreihen werden, aber Pustekuchen. Um Platz 4 kämpfen aktuell José, der junge Spanier. Brion, ja, der nochmal wirklich zurückgekommen ist. Brion, der hat angekündigt, seinen letzten Mr. Olympia zu machen. Der wird hier heute leider nicht um den Titel kämpfen, aber Brion hat auch durch das neue Gewichtslimit mehr Fleisch auf die Bühne gebracht und hat vor allen Dingen geschafft, seine Beine wieder auf Vordermann zu bringen. Und dadurch wirkt die Linie von Brion unfassbar gut. Die Shots, die ihm sonst normalerweise ein bisschen abhanden gekommen sind, sind jetzt wieder voll da. Auch die Frontshots, brutal, Backdouble Biceps von hinten, wahrscheinlich mit die beste im ganzen Lineup. Das heißt, ich denke, wir werden hier Brion wahrscheinlich auf 4, 5 sehen, zusammen mit José. Wie nennen wir noch? Ramon, ja. Ich weiß nicht, was mit Ramon los war. Der hat gerade in der Einzelpräsentation noch sehr, sehr wässrig gewirkt. Es hat nicht so gepoppt, wie man das normalerweise von ihm kennt. Bisschen flach, bisschen wässrig, also wirklich einfach nicht on point. Und da sieht man, dadurch, dass er nicht den besten Frame hat, wie es zum Beispiel an Chris hat, wird er dann auch wirklich sehr, sehr schnell nach hinten durchgereicht. Und ich denke, Ramon werden wir wahrscheinlich auf Platz 6 sehen, vielleicht auf Platz 5, je nachdem. Aber das ist auf jeden Fall etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. In meinen Predictions war bisher Ramon die ganze Zeit auf 2. Ich war ziemlich überzeugt davon, dass Ramon Wesley wieder schlagen wird. Aber dass er so weit nach hinten rutscht, damit habe ich nicht gerechnet. Dann die wahrscheinlich größte Überraschung im negativen Sinne. Der Athlet, der wahrscheinlich den größten Hype mit in den Olympia genommen hat, Wesley Withers, ist wirklich, muss man sagen, ein bisschen dünn. Gerade in den Backshots, also brutal in Form, kann man nicht sagen, fettfrei ist er. Aber diese Fülle, die er gerade auf dem North German Cup beim Gastposing mit an den Tag gelegt hat, wo alle gesagt haben, holy shit, vielleicht macht er Chris sogar das Leben schwer. Konnte er heute überhaupt nicht liefern und das hat man gerade in der Zeit und vor allen Dingen in den Backshots gesehen. In den Backshots sind gerade seine Adduktoren und seine Hamstrings von hinten wirklich, wirklich stark abgefallen. Dass die Beine, das muss man leider sagen, von hinten wirklich dünn gewirkt haben. Und ich denke, Wesley kann sich wirklich freuen, wenn er hier heute mit einem siebten Platz nach Hause geht. Ich denke, er wird es nicht in die Top 6 schaffen. Also, ganz schöne Klatsche. Wir wissen, Wesley hatte zusammen mit Chris Bumset die längste Schlange beim Athleten-Meeting, also bei Meet the Pros. Also der Hype ist auf seiner Seite. Aber da muss auf jeden Fall bis zum Finale noch was passieren. Ein bisschen Fülle rein, ein bisschen trinken, ein bisschen voller werden. Das werden die schon gut hinkriegen. Ich denke auch nicht, dass groß was schief gelaufen ist. Also ich habe zumindest nicht von irgendwelchen Problemen gehört. Aber ich denke nicht, dass Wesley es noch schafft, sich in die Top 5 im Finale hochzukämpfen. Dann haben wir einen Michael Daboul, den tatsächlich die meisten Leute gar nicht in ihren Top 6 hatten. Der auf jeden Fall auch mitmischt in bestechender Form. Nicht der schönste Athlet, finde ich. Aber absolut crispy, hat absolut sein A-Game gebracht. Wahrscheinlich mit einem seiner besten Pakete. Und auch Michael wird auf jeden Fall mitmischen. Letzter Athlet, den ich tatsächlich selber gar nicht so auf dem Zettel hatte, war der Matthew Grego. Einer von den Amis, Partner von Derek. Und auch der wird wahrscheinlich irgendwo in den Top 7, 8 ein Wörtchen mitzumischen haben. Wen wir in den Top 10 leider nicht gefunden haben, ist ein Luca Rega. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, in welchem Callout der gelandet ist. Ich habe mir nicht alle 20 Callouts angeschaut. Aber ist leider aus den Top 10 rausgefallen. Dazu muss ich aber sagen, ich war eigentlich sehr begeistert von Luca, als ich ihn in der Einzelpräsentation gesehen habe. Die Form ist auf jeden Fall top. Er ist auf jeden Fall verbessert zum letzten Showing, das ich gesehen habe in Alicante. Also er hat auf jeden Fall mehr Fleisch mitgebracht. Und die Condition ist auch ein bisschen besser. Aber insgesamt, ich habe mit Luca beim Athletenmeeting ein bisschen geschnackt. Hat er glaube ich noch ganze 4 bis 6 Kilo Luft. Also die haben sich jetzt nicht wahnsinnig runterdrücken müssen, um überhaupt ins Gewichtslimit zu kommen. Das heißt, wenn er es drauf anlegt, wird Luca über die nächsten Jahre auf jeden Fall nochmal 6 Kilo oder sogar mehr mit in diese Klasse reinbringen können. Und ich denke, spätestens dann ist Feierabend. Und Luca wird wahrscheinlich in Zukunft Mike und Urs dann auch das Zepter als bester Deutscher entreißen können, wenn er sich nicht verletzt. Jetzt bleibt es auf jeden Fall erstmal spannend. Ich versuche, wie gesagt, Mike gleich nochmal vor die Kamera zu kriegen. Denn das ist auf jeden Fall die Überraschung des Tages. Und ich gönne es Mike wirklich richtig. Denn er hat sich so dermaßen den Arsch aufgerissen. Und ihr wisst ja, Mike frisst auch immer sehr gerne ein bisschen Scheiße und kriegt den Hate von den Leuten da draußen ab. Und ist einfach sehr, sehr hartnäckig. Lässt sich nicht unterkriegen. Fühle ich komplett dementsprechend. Das war es von mir. Kleines Recap aus Las Vegas. Und wir sehen uns heute Abend spätestens nach dem Finale. Danke. Lasst ein Abo da. Bleibt gespannt. Haut in eure Kommentare, wie ihr die Top 6 bzw. Top 10 in der Classic fandet. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.